Hallo, hier ist euer PlaySend Zocker und ihr macht jetzt nur ein Tipp-Kunst-Video. Hier ist nämlich ein Dis-up-Box-Video von meinem neuen Controller. Wie ihr schon seht, ist hier der Controller für PS4. So, bitte abonniert meinen Kanal und den Vlog aktivieren, wenn ihr keine neuen Video verpasst wollt. Also da, wenn ihr jetzt teilt, du gleich da haben, ist auch keine Ahnung, was man nicht braucht. Dann haben wir mal den Controller. Hier, wie ihr seht, ist das ein PlaySend Controller. So, die Knöpfe funktionieren, alles einwandfrei. Dann hast du noch das Plastik da unter drüber. Und der Controller-Kabel. Das ist gut, dass man den hat, weil so viel besser ein Controller ist. Da hat man noch die Anleitung. Ja, jetzt war es schon mal mit dem Unboxing und das ist die Kiste. Und das hier, das war erst drin. Von Amazon. Genau. Und wenn ihr nicht zu viele Videos verpassen wollt, dann macht einen Daumen nach oben und dokumentiert das Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.